Prinzessin Eugenie plus Beatrice, ihre feiert einen ungewöhnlichen Sieg. Was man als Royal Fan oft vergisst, die Familie von Prinzessin Beatrice, 34, und Prinzessin Eugenie, 33, hat zwei Seiten. Neben den berühmten Mitgliedern der Royal Family gibt es da auch noch die Verwandtschaft von Mutter Sarah Ferguson, 63, die eine ältere Schwester hat, Jane Ferguson. Die 66-Jährige führt im entfernten Südafrika ein gänzlich unroyales Leben, erfüllt durch ein skurriles Hobby, mit dem sie nun einen großen Erfolg eingeheimst hat. Stolz posiert Jane Ferguson mit ihrem Partner Ramin Marzwani und den zwei Doggen. Mit ihrem schwarzen Gretin und ihrem Harley Queen Gretin hat sie vergangenen Sonntag, 9. April 2023, an einer Hundeschau teilgenommen, mit Erfolg. Zu einer mehrteiligen Bildergalerie, die sie anschließend stolz auf ihrem Instagram-Account teilt, schreibt Eugenies und Beatrice Dante, erstmals bei einer Doggen-Show abgeräumt. Ramins Lächeln sagt alles. Ihre Follower, innen gratulieren Fergis Schwester zum Sieg, eine fragt witzelnd, ist das eine Pferdehundeschau. Sicherlich wird sich auch Hundeliebhaberin Sarah Ferguson über den Erfolg ihrer Schwester gefreut haben. Die Ferguson-Geschwister pflegen einen engen Kontakt. Am National-Sieblings-D, Nationaler Tag der Geschwister, im Jahr 2020 etwa hat Sarah ihre Schwester mit einem gemeinsamen Schnappschuss auf Instagram geirrt. Zu einem Foto, das an Prinzessin Eugenies Hochzeit entstand, schrieb sie, es gibt niemanden wie meine Ediane Fagosan 7. Sie ist ein Traum von einem Geschwisterchen. Auf Instagram gewährt Jane regelmäßig Einblicke in ihr Leben in Kapstadt, Südafrika. Dort lebt sie mit ihren drei Hunden und Partner Ramin in einem idyllischen Haus am See. Jane hat, so wie Sarah, ein sehr enges Verhältnis zu ihren Kindern und Enkeln, Sohn Simus. Seinen zwei Kids und ihren Töchtern Heidi und Alice H. sowie ihrem Kind Poppy. Verwendete Quelle, Instagram.com